Gehört Spielen in den Unternehmensalltag? Vielleicht sagen viele jetzt erstmal nein. Dabei steckt im Spiel so viel Potenzial sowohl für uns persönlich als auch für Unternehmen oder im Unternehmen. Für die persönliche Weiterbildung, aber auch um Unternehmen voranzubringen mit ihren Mitarbeitern. Denn wir lernen am besten, wenn wir spielen, wenn wir Spaß haben. Ich war vor einiger Zeit bei einem großen Energiekonzern und dort durfte ich in den Innovationsraum. Und der wurde dann für mich aufgeschlossen. Ich habe erstmal gefragt, warum der denn abgeschlossen sei. Und die Erklärung kann ich noch nachvollziehen, wenn der Verantwortliche mir gesagt hat, naja, damit dort nicht normale Meetings abgehalten werden, sondern das soll der Innovationsraum bleiben. Im Raum war er echt gut eingerichtet. Es gab viel Lego. Es gab viele Sachen zum Spielen, zum Ausprobieren und zum Prototypen bauen. Und das Ganze war ebenerdig. Und ich habe gesagt, Mensch, ist ja schön, dass die Leute auch sehen, wenn hier drin was los ist. Und da hat er mir gesagt, nee, nee. Nee. Diese Fenster sind verspiegelt. Man kann von innen rausgucken, aber von außen nicht rein. Denn wir wollen nicht, dass unsere Mitarbeiter die Führungsriege beim Spielen sieht. Das halte ich für einen großen Fehler. Ich glaube, wir sollten spielen. Aus verschiedenen Gründen. Wenn wir spielen, sind Fehler viel eher erlaubt. Das heißt, wir können Fehlerkultur simulieren. Und jetzt kommt vielleicht der wichtige Punkt dazu. Spielen hat dann im Unternehmen Sinn, wenn es ein ernstes Ziel, einen ernsten Hintergrund hat. Also ein Lernziel hat, was wir erreichen wollen. Wenn Kinder spielen, dann nennt man das auch autotelisch. Das bedeutet, wenn wir nur spielen, um des Spielens willen. Wenn das Spiel selbst so viel Spaß macht, dass es nicht um ein Ziel, nicht um ein Ergebnis geht. Das ist im Unternehmen vielleicht nicht genau das, was wir haben wollen. Aber das, was wir suchen und das, was sie suchen sollten, ist ein Spiel mit einem ernsten Ziel. Mit einem Lernergebnis. Und dann hat Spielen sehr viel Potenzial. Planspiele haben Potenzial. Denn dort können wir diesen Gap aufmachen. Wir sind relativ nah noch am normalen Unternehmensalltag und wir bewegen uns davon weg. Umso weiter wir uns wegbewegen vom Unternehmensalltag, umso freier werden die Gedanken. Umso weniger denken wir daran, okay, was könnte passieren, wenn wir jetzt einen Fehler machen. Denn es ist ja ein Spiel. Also haben wir Freiheit im Denken und wir können unsere Kreativität freien Lauf lassen. Schwieriger wird es dann wieder mit der Umsetzung in den Alltag zurück. Das bedeutet, wir sollten diese richtige Balance finden von zu weit weg mit dem Spiel und zu nah am Alltag. Denn wenn wir zu nah mit unserem Planspiel oder unserem Spiel am Alltag sind, dann kommen wir nicht in diesen spielerischen Flow. Dann ergibt es sich nicht, dass die Gedanken total frei sind. Aber wir lernen am besten, wenn wir spielen. Wir können unsere Kreativität freien Lauf lassen, wenn wir spielen. Wir können neue Dinge entdecken, wenn wir spielen. Und dadurch kann es einen unwahrscheinlich hohen Lerneffekt geben mit dem richtig eingesetzten Planspielen. Ich habe vor kurzem mit einem lieben Kollegen darüber gesprochen. Wir haben ein Interview gemacht, eine Stunde. Das findet man, wenn man Sales Upcall googelt und Planspiele sicherlich auch im Netz. Und natürlich verlinke ich es hier gerne auch nochmal in den Shownotes. Also, holen Sie mal wieder die Spiele raus. Und machen Sie es sichtbar. Es sollte nicht hinter versteckten Türen passieren, sondern es sollte erlaubt sein zu spielen. Denn dann ist es auch erlaubt, einmal Fehler zu machen und kreativ zu werden. Immer mit dem Ziel dahinter im Fokus. In diesem Sinne, möge die Kreativität mit Ihnen sein.